ich sehe zwei spieler richtung police laufen errichtung feuerwehr hinten andere ausgang andere ausgang richtung feuerwehr oh gott ja lass mal gucken gehen oder du bist einer ganz dahinten wo du bist beim bahnhof ja nein ja doch beim bahnhof an der an der stein mauer stehe ich gerade der eine ist gerade nach links gelaufen kommt jeden moment bei dir vorne raus bist in dem bus ja ja ich glaube ich glaube es wieder rüber zur feuerwehr kann ich so nicht sagen da ist bei der feuerwehr beim grünen häuschen jetzt bei dem tank zwischen grünen häuschen und tank der ist jetzt dahinter in diesem in diesen kleinen in die kleine garage ja und da steht ja auch noch drinnen kannst du den handy geben steht er immer noch drin erst dann kann ich das hin ja wo ist der zweite den anderen hat er umgeboxt hier hat er was zum verbinden keine ahnung ich schieße in den kopf oder läuft da läuft ein spieler da läuft ein spieler ja die an den fall noch geschoben da hat noch irgendwas gerufen auf und go da liegt der andere hier sind ja noch mehr drin scheiße alter voll die army ok ich habe nur noch ein zombie hier den sperr ich hier ein ah mann wo kommst du denn jetzt her naja ich blute schon wieder weißt du wie pervers dieses feld hier ist wenn du inmitten dieses dieses feldes hier die zelte aufschlägst wird keiner finden das zelt weil du ja links neben uns er blutet ja bei mir auch kucke wie ist das da einfach verschwunden ja der ist einfach verschwunden das ist ein aktueller bug glaube ich das ist das krank oder erzähle ich gerade von zelten und kriegt so eine scheiß shotgun kugel fast um die ohren gut gehittet ja also aus der hüfte habe ich auch einfach drauf ja wobei das haus aber auch leider schön die sicht auf die feuerwehr verdeckt ja auch wenn hier wo ich bin kann ich drauf gucken aber die nebel ist heftig da läuft doch tatsächlich einer und der ist gegiert läuft aber weg von uns der ist jetzt gerade hinter die feuerwehr verschwunden schild der nebel sehr spät gesehen der lief auf der hauptstraße schon mal besser die winchester raus der vielleicht hier oben irgendwo feuerwehr richtung mehrfamilien wohnhaus oder wow wurden wir gerade beschossen ne ich sehe aber hinten die aggro die geht richtung hochhäuser hinten läuft ein zombie bei genau in dem haus da in dem grünen haus ist da was ich glaube da ist das zweite was gerade geschossen hat welches grüner haus hier unten das gelb grüne zwei neben der feuerwehr rechts er hat jetzt gerade die zombies weg gemacht also ich denke mal noch eins dahinter das haus noch mal rechts daneben bambi ist ein bambi also vorsicht jetzt mal vielleicht uns sichtbar gemacht bist du dann dem selben hoch aus von eben ja hier oben kannst du noch mal in bambi schießen aber der bambi kommt jetzt gerade ne Wieder zurück, oder was? Ja, kommt jetzt gerade angelaufen. Wieso? Er ist doch gerade weggelaufen. Kommt er jetzt wieder zurück? Ja, aus der Richtung kommt auf jeden Fall jemand hinten. Wow! Wow, ich bin getroffen! Ja, aua, du hast mich gerade... Alter, sag doch was! Ich denke, du bist hier unten am Hochhaus. Was machst du denn so weit hinten? Ah, ich bin doch kein Bambi! Au! Das hat wehgetan. Ich dachte, das wäre der Typ gewesen. Oh, ich sehe einen Spieler. Meinst du mich vielleicht, oder? Nein, zwei Spieler. Sind hier hinten beim Platz, laufen gerade die Hauptstraße. Verfolgen mich, glaube ich schon. Oh ja, zwei Stück, die hinter dir sind. Ja. Willst du mir helfen? Weil ich versuche, sie mal abzuhängen. Ich bin ja hinter dir. Ich bin hinter den Zweien. Okay. Aber... Einen habe ich getroffen. Auf den anderen habe ich gerade Sicht. Der ist hier im Haus. Also, einen habe ich erwischt. Der andere hier ist im Haus. Wenn der hinten raus will, kriege ich ihn. Oder? Ist der weitergelaufen? Weiß ich nicht. Auf einen habe ich volles... Wow, das bist du. Das bin ich, das bin ich. Der ist hinter mir. Warte, ich laufe hier raus. Ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Hier ist er noch. Hier ist immer noch einer drin. Wo läufst du jetzt gerade? Warte, ich muss hier gerade mal abhauen. Hier war hinten auch einer drin, gegenüber. Ich sehe da jemanden bei den Bäumen rumlaufen. Aber ich weiß nicht, ob du das bist. Im Innenhof? Ja. Ja, das war ich gerade. Wo bist du? Ah, du bist du genau. Der kommt raus. Der ist weg, der hier. Da sind noch welche drin und vorne an der Hauptstraße waren welche. Pass bloß auf. Aber den Weg rechts zur Hauptstraße sehe ich. Da kommt jetzt einer rumgelaufen mit Axt. Nein, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Er läuft wieder nach vorne. Er kommt hinten raus. Oben auf der Polizei. Wer ist oben bei der Polizei? Nicht ich, nicht ich, nicht ich. Alles Feinde, alles Feinde. Oben in der Polizei ist einer. Hast du geschossen? Ja, mit auf dem Typ. Mit auf dem Typ habe ich geschossen. Bin hier schräg gegenüber hinten in einem Haus drin. Ich blute erst mal. Wo ist das denn jetzt? Das ist jetzt wieder Richtung Feuerwehr. Am Ende der Straße. Da unten läuft ein Zombie. Wo läuft der hin? Scheiße, das muss hier direkt vor mir sein. Wow! Scheiße, bin getroffen. Uncunchest. Lieg neben dem Feuerwehr. Ah, Hospital. Der ist rechts hoch, den Hügel. Da darf ich wieder eins schützen. Meine Fresse, was ist denn hier los? Da musst du dir meine Winchester holen. Hab ihn. Ah, ich bin wieder wach. Nice. Wo kommt das jetzt her? Ich geh gerade nie, äh, äh. Ich hab auf jeden Fall gerade eingetötet oben. Ich bin nicht am Bluten, okay. Meine Pistole ist zerstört, okay. Welchen hast du denn jetzt erledigt? Keine. Wo kommt das her? Irgendwo oben, ganz oben im Norden bei der Holzhütte habe ich ihn erledigt. Wo kommt die anderen Schüsse her? Wow, auf was schießt du? Oder was? Boah, der hat auf mich geschossen. Irgendwas, keine Ahnung von wo. Bist du tot? Hey, hallo. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt in dem roten Haus. Der war hier oben noch immer in dem Blockhaus. Welchen Blockhaus? Äh, oben in dem, in dem Holzhaus. In dem Holzhaus. Ich geh wieder rein ins Rote. Ja, in dem roten Binde, ich mach zu. Ja, hab ich. So, ich komm nach oben. Kannst du mich covern kurz? Ich muss mich flicken. Oh. Geil. Oh fuck, ich hab ihn nur gehittet. Das sah so aus, als wenn er unconscious gegangen wäre. Oder da war noch ein Zweiter. Oh, wir haben 21, äh, wir haben 24 Uhr. Ganz normalerweise. Gar nicht drauf geachtet. Ey, das war die ganze Zeit voll ruhig und dann auf einmal Action ohne Ende. Scheiße. Aber gut. Warte, Schlange auf 10. Autsch. Warum gehen die nicht auf den Zweier? Dann ist der auch voll. Ah, da. Da guckt er gerade raus. Aus einem der grünen Häuser. Ich hab ihn nicht gehittet. Warum nicht? Nummer 9, 8. ah, da. oahhhh. Oahhhh. Einer weniger. Der war neben mir. Hat mich nicht getroffen. nein bin tot jetzt bin ich aus der distanz irgendwo abgefeuert worden im roten haus hospital einer kam zu mir rein den habe ich getötet ein anderer hat jetzt aus der distanz mich durch die feuerwehr durch den eingang irgendwie dann gibt man was ab extra money so 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 Da hinten ist das grüne Haus, wo ich jetzt hinstarre, aus dem hat er mich wahrscheinlich abgeballert, deshalb aufpasse. Hast du dich bewegt? Ja. Ich bin grad erst mal nach unten. Oh, der ist aus! Scheiße, mit was hat er geballert, mit meiner AKM? Du müsstest ihn jetzt rushen. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab. Oh, hat mich auch. Oh. Blödes Scheiße hier mit den Treppen. Oh. 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 Oh.